Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Powerhouse von Orion im Artemis-Programm. Viel Spaß! Das SLS wird flügge. Von allen Raketen, die derzeit in Entwicklung sind, hätte ich vor zwei Jahren keinen Cent darauf gewettet, dass das SLS als erstes fliegen wird. Jetzt steht das SLS zum ersten Mal für Tests auf der Startrampe und aktuell sieht es ja ganz so aus, als ob das SLS tatsächlich dieses Jahr die Artemis 1-Mission um den Mond herumschießen wird. Grund genug, auf den europäischen Beitrag zum Artemis-Programm einzugehen, das European Service Module, kurz ESM. Wir schauen uns heute an, was das European Service Module eigentlich ist, welche Funktion es am Artemis-Programm hat, aus welchen Hauptkomponenten es besteht und wie es eigentlich dazu kam, dass die NASA sich bei so einem kritischen Bauteil auf europäische Technik verlässt. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, Quellen unter dem Video, falls du mehr an das Thema einsteigen möchtest. Ja, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Raumfahrt-Technik-Videos und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Aber jetzt zum ESM. Ich mag ja das Wort Service Module, erinnert mich irgendwie an das Apollo Service Module und tatsächlich hat das ESM viele Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger aus Apollo-Zeiten. Aber was macht das ESM jetzt bei Artemis? Du kennst vermutlich das SLS, die orangene große Rakete. Ja, die ist viel zu teuer und die Leistung im Vergleich zur Saturn V, der Apollo-Mondrakete, ist ziemlich bescheiden. Müssen wir nicht weiter darüber sprechen, weiß bestimmt auch jeder bei der NASA, spricht offiziell nur niemand aus. Too big to fail. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auch weil es so ein großes finanzielles, aber auch ein PR-Desaster ist, nach dem SLS keine Rakete mehr von der NASA in Auftrag gegeben wird, sondern nur noch Service eingekauft wird. Das SLS besteht neben der orangenen Hauptstufe, den Seitenboostern, auch aus einer Oberstufe. Die soll es in unterschiedlichen Versionen geben, aber ihre Grundaufgabe ist die gleiche, dass Artemis Raumschiff samt European Service Module in Richtung Mond ballern. Wenn sich die vier tapferen Humanoiden in ihrem Orion Raumschiff auf dem Weg zum Mond befinden, hat das SLS seine Schuldigkeit getan und das Raumschiff braucht einen eigenen Antrieb. Das Orion Raumschiff erinnert rein äußerlich an die Kommandokaps aus Apollo-Zeiten, ist aber deutlich größer, etwa 50% mehr Volumen und technologisch dann doch in der heutigen Zeit angekommen. Im Gegensatz zur Apollo-Kapsel ist das Orion Raumschiff auch wiederverwendbar. Nach der Landung im Meer kann es wieder aufgearbeitet werden und für einen weiteren Start verwendet werden. Übrigens das einzige Teil des SLS, was wiederverwendbar ist. Aber wir wollen ja über das ESM sprechen. Das Orion Raumschiff bietet zwar Platz für vier Astronauten, aber nur eingeschränkt für Vorräte und die Stromversorgung. Eine Orion-Mission im Artemis-Programm kann aber bis zu drei Wochen dauern. Und hier kommt das Service Module ins Spiel. Neben dem Hauptantrieb lässt der Name es schon erahnen, es versorgt die Kommandokapsel. Das European Service Module sorgt für die nötige elektrische Energie, noch wichtiger aber für das Atemgas und die Wasserversorgung. Grundsätzlich also sehr viele Ähnlichkeiten zum Apollo Service Module. Eine Funktion, die man schnell vergessen kann, die aber enorm wichtig ist, ist das Temperaturmanagement. Ja, Raumschiffe werden durch die Sonne aufgeheizt, aber auch alle elektronischen Geräte und auch unsere vier Astronauten geben Wärme ab. Und da wir uns im Vakuum des Weltalls befinden, ist das in etwa so, als wenn ich einen Tauchsieder in einer guten, vakuumisolierten, verschlossenen Thermoskanne betreibe. Die eingebrachte Energie kann nicht weg und es kommt zur Überhitzung. Damit das nicht passiert, sind in der Außenwand des ESM Radiatoren, die überschüssige Wärme an den Weltraum abstrahlen. Diese Form von Wärmetransport funktioniert im Gegensatz zur Konjunktion, nämlich auch im Weltraum. Schauen wir vielleicht mal schnell auf die Hauptabmessung, damit wir uns das alles besser vorstellen können. Das ESM hat die Form eines Zylinders von etwa 2 Meter Länge und 4,1 Meter Breite, wobei die Düsenerweiterung des Haupttriebwerks die Gesamtlänge des ESM auf 4 Meter steigert. Vermutlich der auffälligste Unterschied zum Apollo-Service-Modul, die vier Solarpaneele. Während Apollo seine elektrische Energie aus Brennstoffzellen und der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff bezog, wird Orion von den Solarpanelen des ESM versorgt. Die liefern über 11 kW elektrische Leistung. Das reicht, um zwei Haushalte mit Strom zu versorgen. Beim Missionsbeginn bzw. beim Start auf dem SLS wiegt das ESM je nach Missionsprofil bis zu 15 Tonnen. Das Leergewicht ist mit knapp unter 5 Tonnen nur etwa ein Drittel davon. Ja und was wird da vor dem Start eingefüllt? 240 kg Wasser in vier Tanks, 90 kg Sauerstoff in drei Tanks und 30 kg Stickstoff in einem Tank. Mit dem Stickstoff und dem Sauerstoff kann dann die Atemluft der Astronauten hergestellt werden. Auf der ISS rechnet man, meine ich, mit 0,84 kg Sauerstoff pro Tag und Person. Bei bis zu 21 Tagen Missionsdauer und vier Astronauten hätte man also etwa 20 kg Sauerstoffreserve. Der Stickstoff hat eigentlich keine direkte Funktion. Besser gesagt, er soll etwas verhindern. Und zwar, dass bei einer reinen Sauerstoffatmosphäre fast alles bei den kleinsten Funken zu brennen anfängt. Eine Lektion, die die NASA mit dem Unfall von Apollo 1 und drei toten Astronauten auf die harte Tour lernen musste. Ein Großteil der Zuladung des SM kommt aber mit fast 9 Tonnen durch den Treibstoff. Dazu später mehr. Als Arbeitsgas für den Treibstofftransport zu den jeweiligen Brennkammern wird Helium verwendet. Ein kompliziertes Leitungsnetz mit Ventilen sorgt für die Verteilung des Treibstoffs. Die Leitungen zur Versorgung von Orion mit Gas, Wasser und Strom gehen seitlich in die Orion-Katzel. Man mag ja schließlich nicht das Hitzeschild an der Rückseite durchbohren. Ja, dieses Design, das kennen wir so auch von Apollo. Bei Apollo gab es hinter dieser Abdeckung eine kleine Guillotine, die vor dem Abspringen des Service-Moduls alle Verbindungen gekappt hat. Wie der Mechanismus an Orion aussieht, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich würde mal denken, dass es ein ähnliches System ist. Hat dir mein Video bis hierher gefallen? Dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, abonnier unbedingt meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jede Woche neue Technikfolgen von Senkrechtstarter und am Wochenende immer meine Raumfahrt-News. Und wenn du dich auf die unglaubliche Zukunft der Raumfahrt mit Mond und Mars, Basen und Luftschiffen auf der Venus-Atmosphäre genauso freust wie ich und noch das passende Outfit für unseren Apollo-Moment suchst, dann schau mal im Senkrechtstarter-Shop vorbei. Ich hatte es schon gesagt, der Antrieb des Orion-Raumschiffs sitzt auch im Service-Modul. Wobei Orion selbst eigentlich auch über zwölf kleine Steuerdüsen verfügt. Die sind aber nur für die Ausrichtung nach dem Abtrennen des Service-Moduls kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. So kann die Kapsel mit Hitzeschild voran ausgerichtet werden. Aber auch ein Steuern während des Wiedereintritts allein durch aerodynamische Kräfte ist so möglich. Was die Genauigkeit, mit der eine Landezone angesteuert wird, massiv steigert. Die Hauptarbeit nach dem Abtrennen der SLS-Oberstufe erledigt aber das ESM. Zwar drückt das SLS Orion und ESM in die richtige Richtung, aber auf fast 400.000 Kilometer ist das dann mit dem Zielen eben nicht ganz so einfach. Ein bisschen wie beim Pinkel-Wettbewerb, je größer die Distanz ist, umso schwieriger das Zielen. Um den Kurs dann unterwegs anpassen zu können, braucht es sogenannte Mid-Kurs-Korrekturen. Aber auch um in den finalen Orbit einzudrehen und um den Mondorbit wieder Richtung Erde verlassen zu können, braucht es wie bei Apollo einen potenten Antrieb. Und jetzt eine lustige Nebengeschichte. Das von Aerojet Rocketdyne gefertigte Haupttriebwerk AJ-10 ist das gleiche wie im Apollo-Service-Modul. Eine andere Version, aber grundsätzlich das gleiche Triebwerk mit Druckgasförderung, Hypergolentreibstoffen und Schubvektorsteuerung. Und jetzt kommt die nächste lustige Geschichte. Das AJ-10 ist auch am Space Shuttle als Orbital Maneuvering System eingesetzt worden. Und um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, die am ESM eingesetzten AJ-10 Triebwerke stammen tatsächlich noch aus dem Shuttle-Programm. Das Triebwerk am ESM bei Artemis 1 beispielsweise ist ganze 19 Mal mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Über 2,7 Tonnen Schub kann das kleine Triebwerk am ESM liefern. Ach, über das AJ-10 müsste man eigentlich auch mal ein eigenes Video machen. Aber ich schweif ab. Wie bei Apollo verfügt es über eine Schubvektorsteuerung. Im Gegensatz zu Apollo verlässt man sich beim ESM aber nicht allein auf ein einzelnes Triebwerk. Wenn das zu Apollo-Zeiten nicht funktioniert hätte, nachdem man den Mondorbit erreicht hat, ja na dann, gute Nacht. Hohes Risiko, aber Apollo war ja eh die Zeit der Eier aus Stahl, wie Tony von Mondgeflüster sagen würde. Und das ist ein perfekter Punkt, um auf Mondgeflüster zu verweisen. Wenn euch das Apollo- oder Artemis-Programm mehr interessiert, unbedingt Mondgeflüster abonnieren. Der beste deutsche Raumfahrtkanal zu Apollo, Gemini, Mercury, Skylab und eben Artemis. Hashtag Team Space. Aber zurück zu den Triebwerken des ESM. Wenn das Apollo-Service-Modul also nur ein einzelnes AJ-10 als Hauptantrieb hatte, gibt es beim ESM ein Backup. Und zwar 8 R4D-Triebwerke, die auch von Aerojet Rocketdyne kommen, mit jeweils 490 Newton Schub. Das entspricht 50 Kilogramm Gewichtskraft auf der Erde. Insgesamt also 0,4 Tonnen Schub. Und auch von diesem Triebwerk wurden Versionen schon sowohl bei Apollo als auch am Space Shuttle verwendet. Was für die Historie des ESMs aber noch viel naheliegender ist, auch am ATV der ESA wurden diese Triebwerke als Steuerdüsen verwendet. ATV, das war das Automated Transfer Vehicle der ESA, um mit der Ariane 5 Fracht zur ISS zu bringen und auch um die Station zu reboosten. Das ist ja eine Fähigkeit, die aktuell hoch im Kurs steht. Am ATV bestand der Hauptantrieb aus vier dieser R4D-Triebwerke. Zusätzlich hatte der ATV noch 28 Steuerdüsen mit je 220 Newton Schub. Am ESM sind es jetzt 24 dieser Steuerdüsen, die in sechs Gondeln mit jeweils vier Düsen bestückt sind. Diese Triebwerke sind tatsächlich von der französischen Firma Snegma, heute Safran, entwickelt worden. Also eine ganze Menge Triebwerke. Hast du mitgezählt? Also einmal AJ10 mit Schubvektorsteuerung als Hauptantrieb, acht starre R4D als Sekundärantrieb und 24 starre Steuerdüsen als Reaction Control System. Insgesamt also 33 Düsen am ESM. Die Babys sind hungrig und so ist ein Großteil der gesamten Masse des ESM auf vier Treibstofftanks zurückzuführen, die insgesamt fast neun Tonnen fassen. Zwei Tanks für den auf Hydrazin basierenden Treibstoff Monomythylhydrazin und zwei Tanks für die Stickstoff Tetroxid als Oxidator. Kenner werden hier schon wissen, ah, hypergole Treibstoffe. Also Treibstoffe, die bei Kontakt miteinander reagieren und so besonders zuverlässige Triebwerke ermöglichen. Ja, die sind giftig und krebserregend, aber die Astronauten sollen das Zeug ja nicht rauchen. Und ja, sehr einfache, sehr zuverlässige Triebwerke klingt nach einer richtig guten Idee, wenn ich mich fast 400.000 Kilometer vom nächsten Mechaniker entfernt befinde. Also man kann schon nachvollziehen, dass die ESA extrem stolz auf das ESM ist. Und ich ziehe vor jedem, der am ESM mitarbeitet, meinen Hut. Das ESM wird auch gar nicht so weit weg von mir in Bremen bei Airbus entmontiert. Habt ihr auch schon mehrfach angeschrieben? Aber ja, vielleicht denken die YouTube, hm, das ist doch dieses unseriöse mit den Schmuddelfilmchen. Mit wem ich allerdings bereits sprechen konnte. Ich hatte das Glück, mit der ehemaligen Vice-Präsidentin des ESM bei Airbus, Eleni B, ein Interview zu führen. Sie hat mittlerweile ein eigenes Raumfahrt-Startup gegründet. Und so sprechen wir in dem Interview zwar auch über das ESM, aber vielmehr noch über die Zukunft der Raumfahrt und ihre Meinung zu Elon Musk. Tolle Frau mit großen Visionen. Link zum Interview findest du hier. Aber zurück zum ESM. Ohne das europäische Servicemodul auch kein Orion. Das gesamte Artemis-Programm ist also auf das ESM angewiesen. Jetzt fragt man sich ein bisschen, wieso die NASA so ein wichtiges Teil ins Ausland gegeben hat. Europa? Das ist doch dieses Freilicht-Museum, was neben England liegt, oder? Ich kann mir zwei Dinge vorstellen. Das Artemis-Programm hat ja eigentlich schon immer unter Finanzierungsproblemen gelitten. Uns Europäer da ein Stückchen Fame abzugeben und dafür Hardware zu bekommen, klingt ja nicht so schlecht. Ich könnte mir zweitens auch vorstellen, dass es ein politischer Move war. So eine Art weitere Lebensversicherung für das SLS. Durch den europäischen Partner verringert sich die Chance, dass das SLS eingestellt wird. Ganz interessant auch, dass das ESM als europäischer Beitrag zum Betrieb der ISS gezählt wird. Das englische Fachwort heißt hier Batern für Tauschhandel. Also die NASA betreibt die ISS und stemmt eigentlich den Betrieb im Alleingang. Alle beteiligten Partner bezahlen dann kein Geld an die NASA, sondern bringen Leistungen mit ein. Bei Europa war das zum Beispiel das europäische Columbus-Modul oder der Versorgungsfrachter ATV. Das war für die ESA eigentlich immer ein ziemlich guter Deal, weil sie deutlich mehr Forschungszeit und Astronauten zur ISS schicken durfte, als sie eigentlich zusteht. Das muss man den Amis auch lassen, knausig sind die nicht. Anstatt dass Europa sich weiter mit ATVs am Betrieb der ISS beteiligt hat, wurden dann vereinbart, dass man das ESM auf Basis des ATV zum Artemis-Programm beisteuert. Die beiden Flugmodule für Artemis 1 und 2 sind auch schon in den USA. Das ist für Artemis 1 natürlich schon auf dem SLS integriert und dann hoffentlich bald auf dem Weg zum Mond. Und das zweite für den ersten Flug mit Menschen ist auch schon in Florida. Mit diesem ESM und Artemis 2 fliegt vermutlich 2023 eine Crew aus drei US-Astronauten sowie einem kanadischen Astronauten in einer freien Rückkehrbahn um den Mond. Also kein Mondorbit, sondern Vorbeiflug in der Nähe des Mondes. Also im Prinzip das, was SpaceX mit dem Starship und dem Milliardär Yusaku Mitzawa vorhat. Die erste Landung seit Apollo 17 auf dem Mond ist für Artemis 3 geplant. Aber wie du vermutlich weißt, hat die NASA für die Mondlandefähre das Starship von SpaceX ausgewählt. Aber wenn das Starship von SpaceX soweit ist, dass es Menschen auf den Mond landen kann, dann braucht eigentlich kein Schwein mehr das SLS. Außer vielleicht ein paar Regionalpolitiker in den USA. Vielleicht bin ich ja völlig naiv und das wird nie was mit dem Starship. Aber ich glaube, bei der NASA wäre SpaceX für das HLS nicht ausgewählt worden, wenn da nicht Leute, die mehr Gehirnschmalz haben als du und ich, davon überzeugt sind, dass SpaceX das hinbekommt. Und zwar zu einem Fixpreis. Für uns Europäer ist halt bitter, dass man geplant hatte, mit dem ESM relativ günstig bei dem ganzen heißen Scheiß wie Mondlandung mitspielen zu können. Da das SLS aber so absurd teuer ist und auch weiter bei jedem Start absurd teuer sein wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das SLS sehr lange fliegen wird. Und für Flüge zum Mars wird das SLS mit Sicherheit keine Rolle spielen. Auch wenn das ursprünglich mal geplant war. Aber das ist nur mein YouTuber-Blick von außen. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Mit dem ESM ist es ähnlich wie mit dem ATV. Die sind beides tolle Raumschiffe. Europa hat hervorragende Ingenieure. Im ESM ist ganz viel Technik, die begeistert. Aber irgendwie fehlt uns Europäern das eigene Ziel und die eigenen Visionen. Allein, dass wir uns in Deutschland für so einen Spruch wie Mit Vision musst du zum Arzt gehen nicht schämen. Ja, ich werde mir meine Vision nicht nehmen lassen. Und auch wenn das SLS auf so vielen Ebenen ein riesen Fail ist, werde ich begeistert zuschauen, wenn das SLS mit Orion und dem europäischen Service-Modul zum Mond aufbricht. Und ich bin mächtig stolz darauf, dass mein Name mit zum Mond fliegt. Ist das nicht eine verrückte Vorstellung? Fliegt deinen Namen auch mit? Schreib mir gern unter dem Video. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung bekommt ihr ja die Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Ihr erbt mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonnier gern meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jede Woche neue Technik-Videos zur Raumfahrt und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020